Hallöchen Leute, willkommen zurück hier bei Tower Unite in unserer Vierer Gruppe, hallo Hallo, sind wir alle am Start, Niklas, Jules und der Ender Haltet mal alle ein wenig Abstand von mir hier 1,50 Meter Sicherheitsabstand Jules hat auch schon die Schutzmaske auf Und der Niklas, der weiß auch Bescheid, was wir heute machen Genau Ne, eigentlich nicht Wir auch nicht Einmal mit Profis So, es gibt einen neuen Arcade-Modus, oder? Genau Wollen wir den gleich am Anfang ausprobieren oder wollen wir uns für die zweite Aufnahme aufspielen? Ich will gleich reingehen Okay Komm, besser wird's nicht mehr Waddamamba Juhu Also, ne, der neue Arcade-Modus Komm jetzt mit dem letzten großen Update mit der 0.9 Es gab ein Update Early Access Was, ne, Update? Du hast da Zivilgeräte runtergeladen, halb und zahm So Ähm, Arcade-Spielenhallen Weiß nicht, ob das noch viele von euch kennen Die Älteren, also alle, was 100+, so wie Fussel und Fussel, kennen das auf jeden Fall noch Ja, ja Früher waren die Automaten aber mit Kerzenlicht So Dann ist ne Drehschule, du musst doch irgendwann da raus, Fussel Ich bin doch gerade erst reingekommen Wenn die Schuze sich einfach gleich weggerannt wär Hallo Dankeschön Also, hier am Informationsdeck müsst ihr euch ganz klassisch, klassisch, Token holen, damit ihr spielen könnt Weil ihr könnt nicht mit eurem Geld bezahlen, ihr müsst halt Token dafür kaufen erst Klassisch Klassisch Genau Klassisch Für 100 Euro kriegst du 10 Token und wenn du die 10 Token wieder verkaufst, kriegst du 10 Euro So ist das doch immer in diesen Scheißläden Die bescheißen einen Kann man hier was klauen? Hier sind angefressene Dosen und Pizza, das ist ja ekelhaft Ja, ich kaufe alles leer hier, ich kaufe alles leer Weg da Fussel, ich baue noch ein paar Ich kann nix mehr kaufen, toll So, probier mal aus Das ist der Hammer, oder? Ich hatte sogar recht Was denn? Oh, hallo Ich bin die neue Bedienung Dann hätte ich gerne wieder Das, was sie haben Äh, yes Ich kann sie gleich bringen Die Pizza-Wei serviere ich gleich mit Gehen sie erstmal ne Runde Geld ausgeben Äh, ich mein spielen Danke So, was probieren wir jetzt aus, Leute So, ja Ich bin richtig, richtig heiß jetzt Also ihr seht auch schon ganz schön Betrieb hier Ja, die Bude ist voll, das ist Wahnsinn ey Ne, ich mein jetzt auch von der Lautstärkung von der Musik Und links seht ihr dann auch eure Tickets Also ich habe zum Beispiel 207 in der Hand Weil du schon mal gespielt hast Weil ich habe Ja, ich habe schon mal gespielt Ich habe schon mal kurz reingeguckt Ähm, damit ich halt auch weiß, wie das alles funktioniert und so weiter Und da seht ihr auch, wie viel Münzen ihr habt Also 250 ist das maximal, was ihr Münzen anscheinend haben könnt Genau, dann haben wir hier so Wheel of Air Oder hier Wheel of Air Skiball Ganz klassisch Also Ich mein, einige Sachen sind hier auch noch, wo I'm coming soon sind, klar Aber Also der Spiel ist so Aber du es nicht kannst Ja, kann ich echt nicht Ich habe mir jetzt vorgenommen Ich beobachte den Fussel immer, was er hier Spannendes macht Jetzt weiß ich nicht, was er macht Aber er macht irgendwas Interessantes Du bist die Menzelie You're smart Ich fange mal mit Skiball an Sag mal Hast du denn eigentlich bei deinem Aufnahmeprogramm jetzt auch Oder folgst du mir immer noch Nö, ich bin, ich bin stupid Ich habe es dir gestern noch gesagt Verdammt Und du so, nee, das stimmt überhaupt nicht Ja, das ist ja auch gemein Nein, das ist die Wahrheit Nichts als die Wahrheit Hier gibt es Eis Ich will Eis Eis Oh, nee, es ist Eis Was spielst du da? Accessoires Weapons Toys Pickup Ball Verdammt Also ich habe 15 Tickets in der Hand Verdammt Was kann ich jetzt mit den Tickets anstellen? Kann ich mir Preise kaufen wahrscheinlich, ne? Genau Wo muss ich da hin zum Preise kaufen? Da gibt es ein Ticket auch immer Ist in der Mitte Genau Aber ich habe ja 15 in der Hand Wie kann ich die dann einlösen? Nicht begeistern Müsste ja irgendwo ein Automat sein Achso, da muss ich irgendwo ein Automat sein Ah, Tickets Genau Tickets, Automat Mussel, bist du besser als ich? Ja, ist er Okay Okay Kapiert Was musst du denn hier machen? Das weiß ich selber nicht Ich kopiere an Was? Das ist doch so Wie Scherder rennen Und damit du am meisten Punkte kriegst Also ich habe 11.000 Du hast aber nur 20 Sekunden Zeit Ja Schneller Mädchen, schneller Kannst wieder nicht mit Bällen umgehen, wa? E und dann die linke Maustaste Wollen wir das hier machen? Aber du hast ja echt nur 20 Sekunden Eieiei Du musst nicht auf den Ball warten, ne? Ne, ne, alles gut So, take den Ball Und zacka Und take den Ball Und zacka Und take den Ball Und Volle, balle Alter, diese Maustörung Ich finde es heftig Oh nein Ich habe einen Freund getötet Was hast du getötet? Ich habe einen Freund getötet Wieso? Nein Schon wieder Oh, hier liegt noch Pizza rum Die Lavalampe will ich haben Äh, hier verreifte Die Debs aufs Parkland Alles gut, gell Achso, warte mal Ich muss ja mal Tickets einsammeln Leute, ich habe 12.000 Punkte Ich bin so ein Cheater Oh, da hast du 46 Tickets, hey Was kann man da machen? Ja, also ihr, ähm Ähm, so Fang den, wo bist du? Nein, passt schon Das ist ja wie, äh Wie heißt das? Fang den Biber oder so Keine Ahnung, ich weiß nicht Wie mir das Ja, ich weiß auf jeden Fall Was du meinst Dann schwitzt du da Komisches Fussel Weiß ich nicht Äh, genau Also ihr könnt die Tickets Dann auch einlösen Für, ähm Ware Wie zum Beispiel Die Lavalampe Wie Fussel schon gesagt hat Die ihr dann in eurem Condor Stellen könnt Hast du gewonnen? Und ich glaube nicht Aber 34 Tickets bekommen Das ist aber viel Ey, wir können ja immer jeder so ein Spiel spielen Und, äh, hinterher dann entscheiden, wer gewonnen hat Also dann sag mal, wie viele Punkte man hatte Das ist doch wohl oder nicht? Aber lass mich das Spiel noch fertig machen Mein Basketball Ja, mach mal dein Basketballspiel da vorbei Oder zu Ende Weiß nicht genau, was ich hier machen muss, aber Oh, scheiß Oh, 55 Tickets So, was spielen wir jetzt? Turilla Äh, ich warte auch, bis die beiden Süßen da Fertig sind Ja, was denn? Wisst du? Nix? Wir warten Ja, wir wollen eventuell mal gegeneinander spielen Auf bessere Zeiten, oder was? Jaja, besser wird's aber nix mehr Ja, wollen wir wieder bei Ski-Ball anfangen? Wollen wir bei Ski-Ball anfangen, können wir mal Ja, okay, komm, wir gehen zum Ski-Ball Okay, Schulzfangen Dann müssen wir aber alle gleichzeitig drücken, ne? Oder wollen wir hintereinander? Ja, ja Naja, wir sehen doch hinterher die Punkte oben, oder? Ja, genau Also jeder für sich Jeder für sich Und dann geht aber jeder schön an sein Gerät Und dann geht's hier los Seid ihr bereit? Ja, ja, fangt an Okay Drei Achso, hier spielt schon Ja, ja, wir haben keine Zeit auf dich zu warten Der ist eigentlich genau un... Oh War ist eigentlich unfair, weil der Fussel... Äh, der Gorilla da ja ewig die Maschine drin ist, ne? Ja, ich mach mal 14.000 gelandet Äh, ja, natürlich Wieso minus 50? 20.000 Äh, 17.000 Äh, 17.000 Äh, 18.000 Pssst Okay Boys, was wollen wir 6 machen? Guck mal, hier gibt's auch 4 Ich weiß nicht, was das ist, aber wir machen's mal Das Wheeling Rigat Okay, du musst da Münze durchschießen Oh Gott Einfach Press-Spa Äh Ach, wir müssen durch die... Durch die Punkte schießen, oder was? Ja Ja, ja Wie lange haben wir da? 83 Ich hab 83, ist mein Bestes Ich hab 89 Pssst, Cheater Echt, weih Hm? Der Hintermann ist einfach schlecht in sowas Ich bist aber eigentlich genau der Generation, hab ich gedacht Ja, aber ich war ja schon damals schlecht Ich bin der Letzte So, was haben wir noch? Hier, Wheelfire Das ist zwar nur Glück, aber ist ja egal Wo? Du need 20 Toki to play Ich hab keine 20 Toki mehr Ja, du hörst dich gerade nicht mal ordentlich eingedeckt Nein, ich bin geizig, das weißt du Vor allem ist da... Du bist an zwei Token-Maschinen vorbeigegangen Welche denn? Das hier ist ne Ticket-Maschine, mein Hasenzahn Ich bin bei 10 70 500 500 Aller Das hab ich schon gedacht Ja, endlich mal gewonnen In einem Glücksspiel Juhu Das hat man da oben noch für Games Hier ist Toten Nee, was ist das? Hier? Ich geh mal zum Fussel Der hat hier Bird Feeder Oh nein, der Hammer ist jetzt coming soon Schade Ach, das ist halt doch gerade schon im Spiel Mach mal das Äh, wie ging das mit der... Du musst unten die Kugel holen Also unter dir quasi Ach so Oh, das ist aber ein sehr böses Spiel, ne? Oh ja Heftig Vor allem, weil du überhaupt nicht abschätzen kannst Mit welcher Kraft du arbeiten musst Ich bin bei 675 Äh, 1325 Halt's Maul Streber mag keiner Ich hab nur 7 Tickets bekommen Ich hab nur 325 Ich hab 7 Oh Au Ach, scheiße, der Hammer kommt das Ich bin so ne Frasche Ja, das ist wirklich richtig nice Warte, was ist das hier? Ah, das ist so, wo du... Mit Märken, ne? Oh, nee, ist nix für uns Okay, gut Klar ist er dort für uns Warum gehst du? Was ist was für uns? Ja, komm her, ein Fussel Ach, Sense, oder? Das sind aber nur 3 Leute Ja, ist doch egal Ich spiel mit... Komm, ich spiel mit Jules Wo bist du? Oh, da war ich so gut drin Natürlich nicht Okay, das kriegst du hin, ja? Oh Gott Grün-Rot, das schaffen wir, ne? Ach, es waren 2 Mal jeweils? Ja Ah Boah, ich weiß überhaupt nicht, was hier was ist Klingt da nicht Das ging früher ganz anders Ihr dürft hier nicht von vorne anfangen, ne? Ich hab da wieder einen Taler gehört Ah, ja, okay, gut Ach, nee, sorry, das kann ich nicht spielen Hier ist auf Ton und ihr Quatsch dazwischen Dann kann ich das nicht Lass mich mal gucken Ja, Jules wird jetzt die nächsten 2 Let's Play Folgen durchspielen Ah, scheiße 90 90 Niklas, wie viel hast du? Psst, glaub ich noch dabei Können wir jetzt einfach mal... Minus 350? Warum wird mir denn hier so viel Geld abdreht so? Tja, mein Freund Moment Was mich ja interessiert Wieso kann ich hier nix, ähm, anziehen? Also nix anderes Ich... Nein! Ich will meine Person noch mehr ausziehen 135 Ja, gut Hast gewonnen Ich glaub, die Cheat Was denn dieses Trivia da hinten? Geh da nochmal Wo denn? Da ist irgendwas Play Trivia Ich weiß nicht, wo du bist Da, 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 da Siehst du mich? Ich hüpfe Nein Ah, da, ja, da Komm mal mit Das schaut aus wie... Keine Ahnung Ach, das ist so ein Quiz-Duell Ja Man müsste mal Englisch können, ne? Ja, gut, ne? Das ist halt, ne? Nein, wir könnten's versuchen, aber wir würden uns da wahrscheinlich hier... Wollen wir's probieren? Ja, von mir aus? Wenn nicht, schneiden wir's einfach raus Genau Vergessen wir bestimmt nicht Kommt ihr auch? Genau, es macht doch nicht so ne Hektik Ha, wir sind hier beim Spielen Ha, ha, ich dreh am Rad Wieso kann ich denn hier nix kaufen, damit ich mir was Neues anziehen kann? Okay, wir kommen nicht Äh Dann probieren wir's mal ein Das verstehe ich nicht, Leute Was sagt denn die Zeit überhaupt? Ja, das klicken wir noch hin Entschuldige Warnung, ich kann kein Englisch Kann man ein Softwareprogramm, ne? Aha Okay, alles klar, ja Ja, äh, okay Ähm Ähm Also anhand der Tatsachen Dass ich das gestern erst mit meiner, ähm Uroma besprochen hab Weil die das erfunden hat, würde ich sagen, es ist wahr Scheiße Scheiße, Scheiße ist falsch Oh, fang Äh, was, ich kann denn, äh, ein Vorwürfen Was kann ich eigentlich mit den Tickets gleich machen? Pff, ich würde sagen Du kaufst dir was Eingelogt Keine Oh, verdammt Nee Yes Coming soon Hier kann man was zu essen kaufen Was ist mit dem Mixed Payne? Okay, Mixed Payne Oh Gott Hast du einen geschafft, Fussel? Einen Ring drüber zu werfen? Ja Ich spekuliere mal wieder Niklas Pff, schau nicht ab Ich hab noch nicht einen rübergeworfen Ich kann nicht einloggen Also ich hab jetzt meine Tickets hier an einem Ticketautomaten abgegeben Und die sind alle weg Die hat er so eingesaugt Ich kann auch mit den Zahlen, okay Äh, Super Smash Bros. 64 Boah Ich kann auch raten Entweder ist die oder sie Ja, ich weiß ja auch nicht warum hier Ui In der Jurassic Park Universum Alter, warum bist du denn jetzt nicht für ein Basketballkorb? Ja, der bewegt sich Ja Ich komme ja gar nicht klar drauf Yes Jurassic Park, mein Themengebiet Hab ich nie geguckt, tatsächlich Wer war Donald Trumps erste Frau? Ach du Scheiße, woher soll ich das wissen? Nicht Melania, das kann ich dir schon mal sagen Oh, 25 Echt? Ich hab keine Ahnung Ich bin normalerweise Ja Drei, zwei, eins War ich mir da nicht geraten Nice Ah, mit dem allerletzten Hast du nochmal 30 gemacht Warum übertrumpfst du mich immer? Hör auf damit First international Gameplay Keine Ahnung, wie das funktioniert hat Wo bist du? Wo bist du denn? Ja, hier im Trivia-Raum Ihr müsst aber auch mal dranbleiben Ich hab keine Ahnung Ich rate Du bist der Jules und der Niklas Das Tower Unite Ja, aber die sind ja genau hier Weißt du? Was ist das hier? Wer wird Millionär? Weiß ich nicht So ähnlich Äh Was ist das? Warum dürfen wir denn nicht mitspielen? Ihr wolltet ja nicht Weißt du, die rennen hier hin Kommt! Zack, angefangen So sind die Jetzt hat er das Gerät kaputt gemacht Sind nur zwei Fragen Wer ist denn? Björn Borg Björn Borg Ein Tennisspieler wahrscheinlich Wenn die French Open Hm? Naja, der hat damals Zu meiner Kindheit Hat der gespielt Ich habe auch keine Ahnung Woher soll ich das wissen? Wird jetzt Ah, schade Ich hab's nicht gewusst Sechsmal? Mich auch nicht Oh Oh Which of the following Is the class in the game Hearthstone? Der Monk nicht, oder? Bestimmt Ja, Mr. Das klingt am logischsten Oh, du hast doch keine Ahnung Juhu Ich gewonnen Eieieiei Aber eine Frage hatte ich auf jeden Fall Wo ich auch wusste Das war schon was ich packt Den Rest hab ich gerade Ja, das ist Unsere erste Folge Tower Unite Ist ja jetzt vorbei, oder? Ja Sehe ich das falsch? Leute, dann danke Dass ich hier mit euch In die Arcade durfte Dass ihr mich mitgenommen habt Ja, Hand an Hand Und mir ein paar Spiele gezeigt habt Und mich auch mal gewonnen lassen habt Äh, ich freue mich auf die nächste Folge Mit euch Und auch natürlich mit unseren Zuschauern Deswegen schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein Tschüss Tschau 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 Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020